Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option, ich hatte 6 Sekunden, mein Starttrade beträgt hier 2000 US-Dollar, als nächstes suche ich meinen passenden Trade in Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren in Metatrader 5. Das Coaching ist für heute beendet, also habe ich Zeit für ein Video, wenn du diese Strategie erlernen möchtest, dann kannst du dich für mein Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat bewerben. Eine Komplettausbildung inklusive Live-Trading im Echtgeldkonto. Euro US-Dollar Steige ich nochmal ein Gegebenenfalls noch ein zweites Mal Aktuell ist dieser Trading-Win Der Kurs steigt weiter Ausåten Man uto Ausso Noch 10 Sekunden. Sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Mal sehen, ob ich noch einen zweiten Trade finde. Acht Währungspaare habe ich im kurzfristigen Bereich von einer Minute bei IQ Option zur Verfügung mit einer Rendite von jeweils 87%. Das ist natürlich der Wahnsinn. In keinem anderen Bereich kann man so schnell Geld verdienen wie im Trading-Bereich. Outcut. Allerdings müsste der Kurs noch weiter steigen. Das reicht nicht. Wow. Huh. Okay. Wait. W member. ... 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